hey leute erklär wir hier heute sprechen wir das thema der älteste lebenden mensch auf der welt das ist die gute dame hier sie heißt kanita naka und wurde am 2 januar 1903 in japan geboren und ist knackige 117 jahre alt die frau ist klein im kopf und ist noch im hohen alter mit ihren rollator unterwegs und macht das pflegeheim unsicher wo sie lebt ihr alter wurde verifiziert und ins guinness buch der rekorde aufgenommen kennt ihr in eurer umgebung auch vielleicht alte menschen die um die 100 jahre alt sind danke fürs vorbeischauen und bis zum nächsten mal bleibt geschmeidig vergesst nicht zu liken teilen und kommentieren